So, Servus und willkommen zurück bei Fifa. Es geht weiter jetzt mit dem Topspiel, sag ich jetzt mal, weil wir sind ja gerade Erster. Folgt mal, wir spielen. Nanschick, danke. Ja, bitte folgt mal. Ah, jetzt im Topspiel vielleicht einmal nicht. Gut. Ja, die sind halt schon alle ein wenig angeschlagen. Rezos müssen wir dann rausnehmen. Weiß was, wir lassen jetzt mal den Volk mal vor Anfang an spielen. Hey, wir haben halt fast keine Spiele mehr. Aber gut, brauchen wir nicht. Weiß was, ich lass jetzt mal ab von Anfang an ran. Wir wissen, was wir rotieren lassen, sind die echt platt dann. Weil, ich glaub, sonst halten die echt nicht durch und Leverkusen wird nicht ohne sein. So, wir spielen, komm, wir spielen weiß. Und dann legen wir nochmal los. Inverteidigung ist jetzt echt unsere Schwäche. Boah, äh. Gut, ich sag da jetzt mal nix dazu. Aber schön, Stadion. Finde ich cool, auch mit der Loge da rechts. Finde ich schaut echt ganz cool aus. Russland 2018, ja. Aber auch leider schon. Aber da haben wir einen neuen Ball. Vielleicht steh ich mal um, wenn ich dran drücken auf der Folge. Treffst du euch jetzt die Vereine? Ja, waren wir in der zweiten Liga auch schon. Können wir heute ruhig nochmal einen drauflegen, würde ich sagen. Einer von denen trifft heute, oder? Hätte ich gesagt. So, ab geht's. Das ist ein Kevin Vorland, der 13, glaube ich. Oder? Ne, Alario. Sagt mir gar nix. So, komm, auf geht's jetzt. Ich bin schon mit Tempo nach vorne. Das wird, glaube ich, kein Spaß. Einer frei, dann haben wir einen langen nach vorne. Bringt zwar auch nix, aber... Und, es regnet mal wieder. Wie jedes Spiel. Oder hat's letztes Spiel geregnet? Ich glaube schon. Doch, letztes Spiel hat's auch geregnet. Komm, oben. Jawohl. Oh, erste Riesenchance. Haut der das an die... Oder hab ich gesagt, glatte Wasser nicht am Pfosten hinein. Boah. Das wär's jetzt gewesen. Erstmal in der neunten Minute. 1-0. So, nach außen. Oh. Der war nicht so gut. Ja, Vorteil, den lass ich mal laufen. Ey, hier schießen alle meine Spieler ab. Ah, der Ball hätte rankommen müssen. Stark. Ey, der Arp, der geht jetzt keinem Ball entgegen. Das kann nicht sein. Der faule Hund. Muss bloß mal Meda entgegen gehen. Schön. Ah, hätte ich vielleicht schießen sollen. Aber der Lacer hat ja nicht den besten Abschluss. Oh, normalerweise muss er den schon reinbringen. 5 Meter vorm Tor. Oh, schön über außen. Stark. Starkes Ding, hey. So muss der Ball kommen. Scharf in die Mitte. Aber stark vom Arp freigelaufen. Starker Abschluss. Besser kann man's dann nicht machen. Da schaut der Keeper dann schlechter aus. Aber gut, kann man nix machen. So knapp vom Tor. Wahrscheinlich reagiert der nicht mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, Timo, dreht doch mal die Schwierigkeit hoch. Wenn ich auf Legende spüre, dann verliere ich jedes Spiel 100-0. Und lieber Krimmering. Ist zwar nicht so realistisch, aber... Mein Gott, das ist FIFA und hier... Ja. Es ist FIFA, ich glaub, das sagt noch... Oh, was ist mit dem los, ey? Oh nein. Puh. Zum Glück war er da mit dem Arsch dazwischen. Komm, pass, pass, jawohl. Ja, das hat der Tor, glaub ich, geahnt. Aber ein ganz schöner Spielzug. Mal schön wieder zügig nach vorn durchzogen. Die Bälle sauber gespielt. Abschluss war jetzt nicht so der Burner, aber gut. Ja, oh, der kommt sogar an. Oh, Millimeter zweit. Aber dran waren wir auf jeden Fall, ne? Hier, bis jetzt läuft's doch ganz gut. Kann man sich nicht beschweren. So, jetzt kommen wir über außen nochmal... Fehlpass vom Nunchik, sowas sehe ich ja nie. Aber das war eigentlich nicht so geplant, aber gut. Den kriegen wir. Komm, den kriegen wir. Gibt's doch nicht, dass der Ball irgendwie immer wieder zu einem Kopfurene... Ah, jetzt gibt's da noch einen Freistoß. Und Gelb wahrscheinlich, oder? Gibt's Gelb? Ah, nicht normal. Okay, jetzt sind wir hier. Einmal bitte kein Tor zulassen. Bei uns ist er noch ein paar Sekunden, muss dringend Pässe trainieren. Ungefährliches Ding. So, jetzt schaue ich mal ganz schnell. Ist der Davis links oder rechts Fuß? Linke Fuß. Und der Gomez? Rechter, komm. Dann switchen wir mal. Dann können wir ihn nach hinten ziehen und dann schießen. Das ist, glaube ich, gescheiter. Oh nein, oben geht er durch. Oh leck, oh leck, oh leck, oh leck. Boah, zum Glück zu weit, ey. Oh, das war eine gute Idee. Boah, schöner Ball. Der Davis ist mir zu schnell, der da rumbezieht mir. Komm, mach den rein. Nein! Alter, haut der den da wohl hier rauf, ey. Starkes Ding und das... Ey, wie ein Anstieg, ich sag's euch. Das ist ein Talent. Aber der ist schon weiter, glaube ich. Bestimmt schon um die 30, glaube ich. Aber der ist echt stark als Linksverteidiger. Arbeite super mit nach vorne. Und hinten macht er eigentlich... Oh, wie der Vorteil. Boah, leck. Der war mal wieder sauknapp, glaube ich. Oh, was mache ich denn? Was mache ich denn da? So, komm her. Nimm diesen Ball und diesmal ein wenig an besseren Pass. Alles klar. Läuft einfach weg. Aber immer in der Halbzeit. Also die Pässe... Manchmal ist es echt ein wenig... Problematisch. Aber gut, das kriegen wir schon. Belegen wir eine neue Führung. Das heißt, den Polster haben wir noch. Hm, jetzt schau's gut. Und im Abschluss ist er echt gut da ab. Oh oh. Bitte nicht. Starke Block vom Heim. Der war wichtig. Der war echt wichtig. Na komm, na komm. Ne, ne, ne. So nicht. So einfach nicht. Aber ich war schön im Balken geworden. Ich muss mal safe hier. Einmal kurz hinterher rum. Balken oder wann's wo? Als nächstes geht's... Hä? Okay, dann halt... Hat halt der Gegner. Einwurf. Aber als nächstes geht's gegen Dortmund. Dortmund. Das wäre auf jeden Fall spannend. Ha, da hätte ich ihm Pass in die Bände spielen müssen. Schön. Schön wieder coolt. Warum wechselt er denn jetzt an den Spieler? Da wäre doch der Guiri viel schneller tun gewesen. Sogar Spielerwechsel drückt er. Aber er hat einfach keinen Bock gehabt. War nicht so schlecht ausgeschaut. Komm, ich wechsel mal den Heim aus, weil der ist echt übel Splat. Irgendwie hat er da noch einen Ball gekriegt, ey. Aber war abseits, oder? Wäre cool gewesen, wenn nicht. Aber irgendwie ist er da noch ein Ball hinkommen. Wie auch immer. Das steht halt immer bloß nur 1-0. Also es ist noch nicht so hier... Jo. 1-1. Toll. Gerade rede ich davon, dass es noch nicht safe ist hier. Und dann haltet er ihn ins Eck. In den Winkel. Komm, geht da Ecke, oder? Nee. So, jetzt mal nochmal zusammenreißen hier. Er hat nicht so gute Chancen. Also, 3 Punkte sind überhaupt nicht ausgeschlossen. Können wir ruhig noch ein wenig was reißen, glaube ich. Ah, gute Idee, aber war dann doch nur ein Verteidiger zur Fübung gestanden, um den durchzustecken. Ja, das ist aber klar, das ist faul hier, ey. Weg mit dem. Mann, es wäre Tor gewesen, jetzt muss ich noch so ein scheiß Öl verschießen. Komm, wir wechseln mal nochmal. Ne, ich lasse nicht den. Habe ich hier einen besseren? Ölfmeter. Davis, ab. Ey, wo ist noch der Ding? Und mich trau mal an Davis zu. Der wird so eh nix. Ja. Weltklasse, Alter. Ey, das wäre jetzt safe ein Tor, wo er nämlich dir nicht umkollt ist. Mann, ist das ärgerlich. Aber ich hasse einfach Öl verschießen in dem Spiel. Das ist so ein Gefreckel mit den Zielen da irgendwie. Mann, das wäre die Chance gewesen. Das wäre die Chance gewesen. Ja gut, eine Viertelstunde haben wir noch Zeit. Jetzt geben wir einfach nochmal ordentlich Power und dann machen wir einfach so eine Bude, wer das? Jetzt war er da, wenn unser Tor klaut. Oh nein. Oh nein. Es gibt so eine... Ist das ärgerlich. Komm, wir gehen jetzt sehr offensiv. Alles oder nix. 10 Minuten jetzt noch kommen. Ey, wenigstens einen Punkt würde ich noch mitnehmen aus dem Game. Was machen denn die da hinten? So, nochmal eine Ecke. Ich habe Druck dahinter gewesen. Komm jetzt. Ich brauche jetzt den Ball. Ich brauche jetzt den Ball. Alles klar. Jetzt hätte ich ja gemeint. Hey, komm. Vor jetzt mit dem Ding. Mann, das gibt es so nicht, dass ich jetzt das Kopf voll reilecken werde. Oh Mann. Oh Mann. Ey ja, das war's. Das können wir vergessen. Wieder Punkte hergeschenkt. Es war's halt doch nett. Alter, in letzter Minute. Stark. Starker Ball. Geil. Ey. Was für das Spül. Hämme den Öl vertroffen, haben wir jetzt drei Punkte. Aber gut. Besser einen wie gar keiner. Der Alfonso. Puh. Das war jetzt echt nochmal ein Knopf. Ja, jetzt wäre der Abwaffe jetzt nochmal durchkommen. Ey, in der letzten... Das war jetzt echt die letzte Situation. Einen Punkt nochmal. Puh. Ich habe gerade nochmal den Punkt gerettet. Den haben wir uns aber auch verdient. Den haben wir uns echt verdient. So, jetzt geht's dann Gerhard Dortmund. Sperre abgelaufen. Jawohl. Puh. Das Spiel war jetzt echt nicht ohne. So, die machen wir jetzt so rum. Ich schütze bei denen. Stark auf das Rechts. Stark auf das Rechts. Okay, das ist wurscht. Aber wir hauen wieder ein Ding rein. Ein Keen. So, rum machen wir es jetzt mal. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge beim Top-Spiel gegen Borussia Dortmund.